Wir sind nicht machtlos, wir sind nämlich großartig und wir kämpfen immer weiter, weil wir sind die ganze Generation, die noch einmal auf der Welt bewegen kann. Wir stehen jetzt auf und jetzt sind wir noch auf, wir sind los auf. Wir sind los, wir sind los, einmal rutscht die Zukunft los. Schau!